Ja, 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 wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Also, wir sind gut! Wir haben es geschafft! Ja, wir haben es geschafft! Das ist zwar wirklich schwierig, man muss nämlich dieses Fenster aufmachen, das Stern jetzt ist so... Ja, ein Fenster, da muss man auch noch rumklicken oder so. Und hier sitzen dann einige Leute im Wagen. Das ist ein sehr wichtiger Verantwortung! Verrappst du gerade? Nein, tu ich gar nicht! Oder was willst du, ey? Hey! Willst du im Stress sein? Verliert man so ein Niveau! Ey, weiter! Ey, jetzt aus und fliegt das! Ja, wir sollen jetzt ein bisschen zu spät! Ey, ich hab's verstanden! Ja, du hast... Boah, bist du cool! Boah, bist du cool, weil du deinen eigenen Witz verstehst! Ja, hallo, wenn du ihn nicht verstehst, ist das so cool, wenn ich ihn verstehe! Nein, weil du die Einzigen bist, die lachst! Das ist aber feindlich! Nein, das ist nicht feindlich! Weil wenn ich lach, dann müssen alle mitlachen! Wo sind denn hier alle? Da! Schau mal die Blumen an! Siehste, das ist Erika! Das ist friedlich! Renate! Ausgabe! Okay! Okay! Schau, sie sind alle sehr nett zu! Sie können sich mit uns verständlich messen wollen! Siehst du, der zum Beispiel angetriegt hat! Okay! Ja! Und das? Und das? Wenn sie bei dir die Arsch kann! Wenn sie sie Magdalena! Okay! Ihr sitzt hier auf Magdalena! Würde lieber mit Erika, Renate, Oskar und... Friedrich? Friedrich, nein! Doch, wie eine Blume hieß Friedrich! Nein, die hieß nicht Friedrich! Doch! Ich hab niemals die Blume Friedrich genannt! Und wie ist der Spiegel? Werther! Genau, Werther! Werther ist jetzt hier! Wir könnten uns jetzt hier zufrieden machen! Wir könnten uns jetzt an Ernie holen! Wir könnten doch einfach die Klappe halten und... Wir spielen jetzt das Spiel! Wer länger ruhig sein kann! Äh, was wie viel Spannung hat sie da verbrauchen können? Weißt du, das ist sowieso gleich bei dir! Hallo Rasse! Es geht aber gar nicht! Und tschüss!